Schwarzwald ist ein Aushängeschild als Ferienregion in Deutschland. Einzigartig ist die Ruhe und auch die Luft, die wie Seide ist und die Gäste fühlen sich hier einfach geborgen. Ich heiße Heiner Finkbeiner, bin Inhaber der Traube Tonbach, Hotel Traube Tonbach und seit 1789 bereits hier acht Generationen. Die neunte Generation ist bereits auch schon da. Familie ist für mich ganz besonders wichtig und viele Ideen kommen von einer Frau. Und die Kinder bringen sehr viel jugendliche Gedanken ins Haus und das fördert ein Unternehmen. Und würde man dort nicht zurückgreifen, würde man unternehmerisch einen großen Fehler machen. Ich arbeite jetzt seit 15 Jahren hier an der Traube Tonbach und für mich sehr, sehr angenehm zu arbeiten. Es ist sehr familiär, also ein ganz tolles Verhältnis zu der Familie Finkbeiner. Und es ist ein Haus, wo die Familie einfach sehr stark sich auch mit einbringt. Die Familie ist sehr gastorientiert, sehr gastfreundlich am Gast und das lebt sie vor. Und das nehmen die Mitarbeiter so auf und lebt es genauso mit. Also das Erste, was mir in den Kopf kommt, wenn ich das Wort Traube Tonbach höre, ist das natürlich meine Heimat. Es ist Heimat. Heimat, zu Hause. Ja, Geborgenheit und Zufriedenheit, das liegt sehr eng beieinander. Wir sind hier in unserer Spars-Feed. Wir haben uns entschieden, jedem dieser Behandlungsräume ein Motto zu geben oder ein Wort, das wichtig für uns als Menschen ist. Hier haben wir das Vertrauen. Die Kinder wissen das, dass das Vertrauen zur Bank und Bank zu uns traditionell ist. Wir arbeiten gerne mit ihnen. Die wissen, dass sie sich auf uns verlassen können, wie wir uns auf sie. Tradition bedeutet Bewahrung, aber auch die Entwicklung nicht zu verschlafen. Tradition ist mit der Volksbank Bayersbronn zu arbeiten. Und wir waren so zufrieden, dass wir nie auf andere Gedanken gekommen sind. Und wir waren so zufrieden, dass sie sich auf uns verlassen können, wie wir uns verlassen können, wie wir uns verlassen können.